Hallo, in diesem Video werden wir über den Fehler Critical Process Guide beim Laden des Windows-Betriebssystems sprechen, aufgrund dessen, was passieren kann und wie es behoben werden kann. Im Windows-Betriebssystem stürzt jeder Benutzer im Laufe der Zeit auf verschiedene Fehler. Es ist gut, wenn sie auf Programmebene angezeigt werden. Wenn dies jedoch bereits auf Systemebene geschieht, kann dies viele Probleme mit sich bringen. Dieser Systemfehler kann plötzlich und im ungünstigen Moment auftreten. In diesem Video werden wir versuchen, die möglichen Ursachen eines solchen Dingen für das zu verstehen, wie er im Betriebssystem Windows 10 und 8 behoben werden kann. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnen mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Gerät. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Wenn dieser Fehler auftritt, wird ein blauer Bildschirm mit dem folgenden Text angezeigt. Auf Ihrem PC liegt ein Problem vor und Sie müssen es neu starten. Zusammen mit diesem Fehler werden alle Prozesse geschlossen und der Computer neu gestartet. Wenn ein solches Problem ständig auftritt, ist es falsch unmöglich, mit dem Computer zu arbeiten, da er jederzeit neu gestartet werden kann. Schlimmer noch, wenn der Fehler es unmöglich macht, das System überhaupt zu starten und wenn Sie neu starten, sehen Sie es erneut auf dem Bildschirm. Lassen Sie uns zunächst untersuchen, in welchen Fällen dies auftreten kann. In den meisten Fällen ist die Ursache für diesen Fehler ein Treiberfehler. Dies kann der Fall sein, wenn das Betriebssystem die Treiber aus dem Update-Center verwenden und sie für den normalen Betrieb Original-Treiber des Herstellers benötigen. Oder es könnten andere fehlerhafte Treiber sein. Aus irgendeinem Grund wurde die Treiber beschädigt oder sie stehen in Konflikt mit der aktuellen Version des Betriebssystems. Zusätzlich zum Treiber kann der Fehler Critical Process Diet aufgrund der Vorhandenseins von Viren auftreten, nachdem der Computer und die Systemregistrierung von unnötigen Dateien befreit wurden und wenn die Systemdateien des Betriebssystems beschädigt sind. Nachdem wir die Gründe für diesen Fehler herausgefunden haben, schauen wir uns nun an, wie er behoben werden kann. Lassen Sie uns zunächst sehen, wie Sie einen solchen Fehler beheben können, wenn Sie das System starten können. Wenn das System nicht startet, versuchen Sie, im abgesicherten Modus zu starten. Auf dem Kanal finden Sie ein separates Video zum Starten des Systems im abgesicherten Modus. Siehe Link in der Beschreibung. Korrekturmethode für erfolgreichen Windows Start Als erstes würde ich empfehlen, sich die gespeicherten Speicherbilder anzusehen, die bei kritischen Fällen automatisch vom System erstellt werden. Manchmal kann diese Option deaktiviert sein. Öffnen Sie zum Aktivieren die Systemsteuerungssysteme. Öffnen Sie hier rechts die erweiterten Systemeinstellungen und dann die Registerkarte erweitert und öffnen Sie die Option Boten und Wiederherstellen. Um die Option zu aktivieren, müssen Sie die folgenden Einstellungen vorgenommen werden. Im Abschnitt Systemfälle wird im Systemprotokoll neben dem Erreichungsprotokoll ein Hecken gesetzt. Führen Sie einen automatischen Neustart durch und ersetzen Sie die vorhandene Speicherauszugsdatei. Außerdem sollten hier der Systemordner für den Speicherauszugsspeicher und seinen Namen angegeben werden. Für eine detaillierte Analyse gibt es ein kostenloses Programm BlueScreenView. Ich werde einen Link dazu in der Beschreibung unter dem Video hinterlassen. Führen Sie das Programm aus und sehen Sie die neuesten Fehler und deren Ursachen. Der untere Teil des Programmfensters wird rot angezeigt. Fehler, bei denen Treiber zu den Fehlern Kritikerprozessat führen. Um die Problemdateien in der Erweiterung Sys zu ermitteln, verwenden Sie das Internet, um herauszufinden, was die Sysdatei ist und welchen Treiber sie darstellt. Sie können auch versuchen, das kostenlose Programm BlueCrash zu verwenden, das den genauen Namen des Treibers angibt, der den Fehler verursacht hat. Sobald Sie herausfinden, welche Treiber die Probleme verursacht haben, besuchen Sie die offizielle Webseite des Herstellers und laden Sie die aktuelle Version des Software herunter, die anstelle der aktuellen installiert werden muss. Wenn nach einem kürzlich durchgeführten Treiber Update ein Fehler auftritt, können Sie auf eine führende Version zurücksetzen. Öffnen Sie den Gerätemanager und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gerät angehen scharfen Treiber Rollback. Sie können hier auch versuchen, das Gerät zu trennen, wenn die Arbeit nicht kritisch ist. Wenn nach der neuen Installation der Treiber der FederCritical Prozess 3 und der BlueScreen auf FAST weiterhin stören, empfehlen wir die folgenden Schritte. Installieren Sie alle Treiber für die Hauptkomponenten des Computers neu. Wenn das Problem auf dem Laptop auftritt, können Sie dies ganz einfach tun, indem Sie die erforderliche Software von der offiziellen Webseite des Laptop-Herstellers herunterladen. Wenn Critical Process 3 auf einem Desktop-Computer auftritt, müssen Sie die Treiber für Motherboard, Grafikkarte, Prozessor usw. separat suchen. Es wird nicht empfohlen, spezielle Programme zu verwenden, um alle Treiber schnell auf Ihrem Computer zu installieren. Wenn Wiederherstellungspunkte vorhanden sind, stellen Sie den Computer an den Punkt wieder her, an dem mit diesen Fällen keine Probleme auftreten sind. Auf dem Kanal befindet sich ein separates Video zum Zurücksetzen des Systems auf einen Wiederherstellungspunkt. Als nächstes müssen Sie die Integrität der Systemdateien sicherstellen, verwenden Sie dazu das spezielle Standarddienstprogramm. Führen Sie die Befehlszeile als Administrator aus und führen Sie den Befehl SFC ScanNow aus. Überprüfen Sie Ihren Bezehraufwehren. Wir haben ein gutes Video auf dem Kanal, das Ihnen dabei helfen wird. Versuchen Sie auch, die Registrierung wiederherzustellen. Dies kann besonders relevant sein, wenn Sie Änderungen daran vorgenommen oder die Registrierung mit speziellen Anwendungen zum Entfernen von Müll bereinigt haben. Zum Wiederherstellen der Registrierung gibt es auch ein separates Video, einen Link in der Beschreibung. Wenn dies nicht hilft, versuchen Sie das Betriebssystem zurückzusetzen. Sie können dies in der Wiederherstellungsumgebung tun, indem Sie das Element fehlerbehebende Computer zurücksetzen auftreten. Weitere Informationen finden Sie unter dem Link in der Beschreibung. Wenn keine der oben genannten Tipps zur Lösung des Problems beigetragen hat, empfehlen wir Ihnen auch, sich daran zu erinnern, welche Aktionen mit dem Computer ausgeführt wurden, bevor der Fehler Critical Process Data angezeigt wurde. Dies kann beispielsweise nach dem Anschließen der USB-Peripheriegeräte auftreten. In dieser Situation müssen Sie versuchen, das USB-Gerät zu trennen und die automatisch installierten Treiber dafür zu entfernen. Und jetzt schauen wir uns an, was zu tun ist, wenn das Betriebssystem nicht gestartet werden konnte und es nicht möglich war, mit einem Fehler weiter als bis zum blauen Bildschirm vorzurücken. Wenn Sie das System nicht im abgesicherten Modus starten und keine speziellen Startoptionen ausführen konnten, gibt es ein anderes Werk für diese Methode, benötigen Sie ein bootfähiges USB-Laufwerk mit einem Betriebssystem. Wenn nach mehreren erfolglosen Downloads das Menü für die Wiederherstellungsumgebung geöffnet wird, müssen Sie kein bootfähiges USB-Laufwerk oder eine bootfähige USB-Festplatte erstellen. Sie können die Wiederherstellungstools in diesem Menü verwenden, einschließlich Zurücksetzen des Systems im Abschnitt erweiterte Einstellungen. Informationen zum Erstellen eines bootfähigen USB-Laufwerks mit Windows finden Sie in unserem anderen Video unter dem Link in der Beschreibung. Ein wichtiger Punkt, die Größe des Betriebssystems auf dem USB-Stick sollte mit der auf Ihrem PC installierten übereinstimmen. Klicken Sie nach dem Starten des Startmenüs im ersten Bildschirm des Installationsprogramms auf Weiter und zweiten unter links auf Systemwiederherstellung. Dann sehen Sie ein Aktionsfenster. Versuchen Sie zunächst das System mit Hilfe von Wiederherstellungspunkten wiederherzustellen. Öffnen Sie dazu die erweiterten Optionen und wählen Sie das entsprechende Element aus. Das zweite, was Sie tun können, ist die Befehlszeile und die Integrität der Dateien zu beprüfen, den Befehl SFC ScanNow. Verwenden Sie außerdem die Befehlszeile, um zu versuchen, die Registrierung wiederherzustellen. Wenn keine oder oben genannte Methoden zur Lösung dieses Problems beigetragen hat, bleibt die neue Installation des Systems bestehen. Und das ist alles. Daumen hoch, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Tschüss.